da haben wir mehr wie genug von stückchen haben nur zwei so habe ich noch irgendwo zäune da könnte man das ja auch ein bisschen abzäunen ja dass einem die dann immer nicht immer runter fliegen fünf links noch mal egal wenn du mal mit ein endermann ein endermann ein endermann juhu bin es ach man verdammt dass die da mal runter rennen und die fliegt jetzt auch wieder runter ne die holen wir zu uns die machen wir so kalt hallo spinne komm komm ja komm warum bleibst du hinterm zaun so zack das haben wir ich habe noch fünf steine so sagt die plattform hier werden wir noch mal brauchen da bauen wir nämlich dann sobald wir mit den monstern so halbwegs durch sind wir machen das mal so dass sie nur einzeln nach vorne kommen können dann bauen wir hier den dings hin den riesen pilz so das tor zack gut dann gucken wir hier noch mal rein huch was war denn das ach wieder nur skelette die machen wir trotzdem weg das ist gemein und unfair ich da einfach runter zu kicken lasst man bogen fallen ich könnte einen brauchen brauchen wir nämlich immer doch nicht immer aus teuren fäden das macht man guck nicht dass irgendwie mal ein creeper oder irgendwas auftaucht und hier ist nichts gespawnt sauerei so wir sammeln hier wieder das ist natürlich jetzt ganz toll wir können uns eigentlich nur fast nur noch damit beschäftigen irgendwelche monster zu killen wow sechs fäden so und da ist ein creeper ja nee den wollen wir nicht lauf ich hier nochmal einmal durch also so ein paar tinten dinger wären echt nett irgendwie immer noch nur ein creeper das ist schon mal wenig wow der kommt mir aber zu nahe springst mir um irgendwas in die luft ne gibt's ärger gut der hat nur eps gebracht wir schauen hier nochmal da wird nichts sein nö da waren wir zu nah dran dann gehen wir noch einmal da sammeln dann bringen wir das zeugs mal ins lager und dann schauen wir nochmal also hier gibt's gerade nichts die falle ist momentan auch fast leer das ist gut hier gibt's nämlich wieder mehr fäden es muss wohl daran liegen dass die spinnen dann irgendwie nach unten gedrückt werden oder so da ist auch noch eine spinne ja so langsam füllen sich doch die fäden ja das ist mir jetzt eigentlich alles ziemlich egal was ich so dabei habe so und wir rennen da jetzt einfach runter ach du scheiße der creeper weiß gar nicht von wo das kommt na und einmal noch na ich wollte nicht hauen komm kuckuck warum toll echt dummes ding warum greifen die mich denn nicht an na jetzt ne sind die irgendwie intelligent und wissen dass sie mich nicht erreichen können das ist ja echt blöd ey toll und jetzt wird das schon wieder hell ach ist das blöd die nacht ist zu kurz ich mein ähm das ist ja eigentlich jedem klar nächte sind immer zu kurz egal wo man ins bett geht die nächte sind immer zu kurz so wir sammeln hier wieder dann würde ich sagen machen wir uns jetzt tagsüber auf ins neta nochmal kill dort noch ein paar zombies was wir das zusammen haben denn das gold das ist ja nicht mehr viel so warum mache ich hier in die tür zu das weg dass eine schwert nehmen werden mit den bogen auch knochen können wir mal hier lassen die brauchen wir nicht das fleisch lassen wir auch hier brot haben wir genug dabei so da geht es wieder ab ins neta ist eigentlich schade dass man die nächte nicht verschlafen kann äh ich meine die tage nicht die nächte die tage nicht verschlafen kann und dann nachts wach ist zum monster jagen so dann warten wir hier jetzt einen augenblick das spreng pur werde ich auspacken können ich trinke derweil nochmal einen schluck kaffee so ja ja so ist das schon besser nochmal ein paar wäre ganz cool das nervt nämlich immer dieses hin und hergerenne also 51 ok ja pfeile sollten dicke reichen so dann fangen wir mal an und jetzt da durchaus ein paar ja ich weiß ihr wollt mich alle killen so weg mit euch und nicht vergessen gold zu trocken hier ne ja eins haben wir schon ein gold wunderbar wie gesagt ich nehme auch rüstungsteile und sowas wa bleibst du da wo du bist da sind irgendwie zwei stück die fallen in meinem boden das ist ganz schön übel das ist total gemein irgendwie genau deshalb man denkt nämlich die sind nicht da und dann sind die nämlich da und man sieht die nur nicht so der ist weg aber da müsste theoretisch noch einer sein egal so wieder 5 gold wow ich bin begeistert 5 gold ja kommt noch ein paar mehr eigentlich brauchen wir ja nur noch 9 gold ich würde jetzt mal ganz gerne gucken halt ein paar noch killen ein bisschen mehr gold vielleicht noch mitnehmen könnte man sich vielleicht mal ein paar rüstungsteile machen so ein zwei rüstungsteile weil wir haben ja überhaupt nichts da 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 holt nochmal ein paar das fremd sich sogar ui na gut mach ich halt euch erstmal platt euch Pader oh ne okay zack und zack so einer weg zack 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 ganz gerne nochmal gucken. Vielleicht kriege ich nochmal so ein cooles Schwert. Oder vielleicht kann ich mir da noch die ein oder anderen Rüstungsteilchen machen. Und wenn es nur ein paar Schuhe oder so sind, dass ich ein bisschen mehr aushalte. Gerade wenn ich dann jetzt versuche, irgendwie an die Endermänner zu kommen. Ah, zack. Ah-oh, ah-oh. Das hört sich vielleicht an. Oh, ist hier eine Rauchwolke. Ach, das war nur ein Gold. Nur ein Gold. Das war geizig. Ach, ja. Ja, aber da kommen gleich drei. Wir warten einen kleinen Augenblick. Ich drücke wieder einen Schluck Kaffee. Ich hoffe, das werden noch ein paar mehr. Bei vier sind wir jetzt schon, oder? Wenn mich alles täuscht, sind das vier. Noch ein paar vielleicht. So zwei, drei. Hm. Nö, das sieht nicht so aus. Gut, dann, äh, gehen wir da mal runter. Und machen die wieder kalt. Erwählte ich schon mal, dass ich noch so ein cooles Schwert haben will? Und, okay. Ach komm, ich mach mich jetzt vom Stein schwert. Da ist wieder einer am Boden. Genau. Boah, habt ihr das mitverfolgt? Boah. Da kam der da einfach und hat mich gehauen. Hat mich einfach gehauen. Bisschen verpackt, hä? Gut, also eine Runde machen wir jetzt noch und dann verschwinden wir wieder. Dann dürfte es auch schon wieder nachts sein. Wow. So. So, weg mit euch. Weg mit euch. Weg mit euch. Ich hätte gerne noch so ein cooles Schwert. Jetzt ist da schon wieder einer durch den Booten durch irgendwie. So, aber den hatten wir... Oh, der hat einen Goldbarren getroppt. Der hat einen Goldbarren getroppt. Ist ja cool. Das droppen die auch. Ich muss mal ja kurz gucken, hier. Den Goldbarren ist ja geil. Äh, ist ja richtig cool.